Mein Name ist Svenja Wieschow. Ich bin 16 Jahre alt. Ich gehe auf das Georg-Büchner-Gymnasium in Letta. Ich wollte ein Praktikum bei Wenger und Partner machen, weil mich der Bereich des Internet-Marketing sehr interessiert hat und ich wollte deshalb auch in dem Bereich was machen und übers Internet bin ich dann schnell auf die Firma gestoßen. Ich hatte immer mit Arbeit zu tun, die auch wirklich was mit dem Gebiet zu tun hat und wo ich auch was lernen konnte auf die Dauer. Und ja, das fand ich natürlich auch sehr schön. Die Atmosphäre ist wirklich sehr gut. Es ist immer locker, motivierend auf jeden Fall und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Ich fand, dass man immer sehr zu spüren gekriegt hat, wenn man es gut gemacht hat und dass die Kritik auch sehr sachlich ausgedrückt wurde. Ich hatte ein eigenes Projekt, das war ein Pressebericht für ihn auch einen richtigen Kunden. Und den Bericht musste ich erst mal verfassen und dann auch veröffentlichen. Ich finde es ein sehr schönes Gefühl, dass die Arbeit auch dann wirklich produktiv war. Am meisten Spaß macht mir auf jeden Fall das Verfassen des Presseberichts, weil ich auch sehr kreativ da tätig werden konnte. Gelernt habe ich, dass Arbeit sehr schwer ist, aber dass ein gutes Umfeld es auf jeden Fall leichter macht und man auch motivierter ist auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ich in der Zukunft auch weiterhin mit solchen Leuten arbeiten kann. Das Praktikum würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Gerade für Leute, die sich für diesen Bereich interessieren. Denn es ist auch wirklich sehr viel zu lernen. Man kriegt sehr viel vermittelt und man nimmt auf jeden Fall auch was mit. Also würde ich das schon sehr weiterempfehlen. bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.